So, einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen. Ich begrüße alle wieder zum Aktien-Round-Up. Nach einiger Zeit guter Vertretung bin ich also auch wieder da. Heute ist quasi mein erster Tag wieder, an dem ich euch hier beglücken darf mit weiteren Live-Formaten. Aber Tom hat euch ja die letzten Wochen schon mit Christoph weiter begleitet und beglückt und dementsprechend wird Tom auch federführend weiter heute das Thema begleiten, über das wir schon sprechen werden. Denn, Tom, du hattest die Aktie zumindest in der letzten Woche ja schon mal besprochen. Ja, herzlich willkommen, aber erstmal von mir. Genau, heute geht es erneut um Striker. Es kamen da die letzten Quartalszahlen und wir hatten das Unternehmen ja letzte Woche schon, oder ich mit Christoph, Christoph und ich in der Aktienwerkstatt besprochen und heute werfen wir nochmal einen Blick auf die neuesten Quartalszahlen und schauen, wie sich das Unternehmen jetzt in den letzten drei Monaten geschlagen hat. Striker heute also im Aktienround hat. Wir werden uns das Unternehmen angucken, wir werden ein bisschen wieder durch die Geschichte gehen, wir werden, oder Tom wird insbesondere darauf einige Feinheiten hinweisen. Wir haben das das ganze Jahr in der letzten Woche schon mal in der Aktienwerkstatt besprochen und da hat man erstaunlich gute Ergebnisse in den Punktebewertungsschämmern bekommen. Tatsächlich sind ja die Märkte ganz generell gut gelaufen, also ich habe heute mal wieder einen Blick auch in unsere Traders Club 24 Depots geworfen, mit einem sehr erfreuten Blick, aber ich denke auch viele andere Portfolios sind bestimmt gut gelaufen in den letzten Wochen. Und auch die Aktie von Striker ist ganz gut gelaufen, denn ich habe sie mir zumindest mal angeguckt, weil ich wissen wollte, wie ist es denn überhaupt gewesen? Wie war überhaupt der Kursverlauf? Und wir sehen es nochmal hier an diesem Chartbild und das ist ungefähr auch so die Variante, die man in den letzten Wochen, glaube ich, bei vielen Aktien gesehen hat. Ich habe es jetzt hier mal so eingezeichnet als eigentlich so eine Beispielaktie, wie man sich ja oftmals das Ganze im Kursverlauf auch ganz gut vorstellt. Es kann natürlich noch weiter am Schnürchen oder noch besser am Schnürchen laufen, aber man sieht schon die Trendfolge, die ist sehr, sehr positiv, auch hier bei der Aktie von Striker. Wir sind jetzt hier im Wochenchart. Man sieht jetzt hier zurück bis unten 2015, bis jetzt vorne hier zum Jahr 2024. Das heißt hier das aktuelle Momentum. Ich habe ja mal so ein bisschen die größeren Bewegungen der letzten Monate eingezeichnet. Also man sieht hier einen positiven Trendverlauf, der sich nochmal verbessert hat in den letzten Jahren quasi. Und man sieht, dass die Aktie ja eigentlich seit Beginn 2024 einen sehr, sehr positiven Trend mitgenommen hatte, auch in den Wochen. Danach ein bisschen korrigiert hat und das hat sich dann darin ausgebildet, dass wir zwei sehr schöne Unterstützungslinien hier eigentlich sehen. Das ist einmal die gelbe hier, die knapp neun Prozent vom Kurs, das erste Polster, das erste Auffangpolster bildet. Und wir sehen hier diese weitere Unterstützung, die ein bisschen tiefer oder ein bisschen weiter weg schon ist, 18 Prozent vom aktuellen Kurs entfernt. Das heißt, wir haben ja nach unten hin ganz gute Absicherungsstufen auch gebildet aus dem Kursverlauf der letzten Monate. Trotzdem sehen wir gerade, dass der Trend ja immer noch in einem positiven, eigentlich intakten Umfeld ist, obwohl es hier diese Korrektur, ja jetzt mal, man ist ungefähr 7,5, 7,7 Prozent vom Allzeithoch entfernt gesehen hat. Das heißt, wir haben auch oben ein bisschen Puffer. Wir haben eine ganz gesunde Korrektur eigentlich gesehen, die wir auch unten hier im RSI sehen. Das heißt, wir sehen ganz gut, dass die Aktie ja rein vom Volumen und rein vom Kursverlauf sich eigentlich wieder in den gesunden Bereich korrigiert hat. Das heißt, eigentlich eine sehr, sehr schöne Korrektur, die gar nicht zurückgegangen ist, bis auf diese Unterstützungslinie, weshalb die auch immer noch ganz gut intakt ist. Und ja, wir sehen eigentlich vom reinen Bild, das ich jetzt von der Aktie jetzt erstmal nur habe, weg von den fundamentalen Zahlen, die uns Tom gleich noch liefern wird, dass wir eine Aktie haben, die sehr gesund gelaufen ist, schon ein bisschen korrigiert hat, auch an dem aktuellen Niveau und trotzdem sich natürlich noch auf positiven Niveaus und in dem innen trennten Takt des Trendes eigentlich befindet. Und ja, ich würde sagen, grundsätzlich erstmal ein positiver Einstieg, Tom. Sehr positiver Einstieg. Sehr positiver Einstieg, besonders wenn man da jetzt nochmal so ein bisschen weiter rauszoomen würde. Die Aktie hat wirklich seit dem IPO damals eine phänomenale Performance hingelegt. Es gab relativ viele Übernahmen. Das Geschäft ist also zu großen Teilen auch anorganisch gewachsen. Man ist in sehr viele neue Geschäftsbereiche eingetreten. Da werfen wir gleich nochmal einen näheren Blick drauf. Ja, phänomenale Aktien-Performance. Mehr kann man da, glaube ich, gar nichts zu sagen, oder? Ich habe mir natürlich in dem Zuge und ich habe das ja letzte Woche auch schon mal so ein bisschen mal die Konkurrenten kurz angeguckt, weil das natürlich auch wieder interessant ist, wie ist es denn generell so gelaufen in diesem Medizintechnik-Bereich, in dem sich auch Striker ja befindet. Und was wir ganz gut sehen können, das ist jetzt hier mal wirklich der Chartverlauf in den letzten zwei Jahren von verschiedenen Titeln. Man sieht in grün jetzt hier die Aktie von Striker, in gelb sieht man die Aktie von GE Healthcare hier oben und unten sieht man noch drei weitere Titel, die ja teilweise auch schon besprochen waren. Wir haben Abbott, wir haben Siemens Healthineers und Johnson & Johnson, also sehr breit aufgestellte Unternehmen auch. Man kann eigentlich ganz gut feststellen, die sind ja also ganz grundsätzlich nicht alle so gut gelaufen. Also der Medizintechnik-Bereich war schon scheinbar ein Bereich, der selektiv gut gelaufen ist. Also wir haben jetzt zwei Kandidaten, rein vom Kursverlauf, Striker und Ge-Healthcare, die ja so ein positives Momentum bekommen haben, aber auch viele, die so ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Und ja, das ist so ein bisschen natürlich die Frage, was gibt es für eine Differenz? Scheinbar sind die einen Unternehmen gerade besser aufgestellt als die anderen Unternehmen. Tom wird uns gar nicht mehr verraten, aber so grundsätzlich kann man sagen, ja hier hat es sich so ein bisschen, dass die Aktienauswahl auch gelohnt, wenn man zumindest auf die richtigen Pferde hier gerade aktuell gesetzt hat. Ja, so ist das ja eigentlich immer, oder? Wenn man auf die richtigen Sätze im Nachhinein ist man dann immer schlauer, aber bei Striker hat man das ja schon oder sieht man das ja schon seit Jahren, dass da phänomenale Outperformance geliefert wird und besonders die Quartals- und Geschäftsjahreszahlen können immer gut übertreffen. Jetzt in den letzten Jahren auch stetiges, zweistelliges Umsatzwachstum, Gewinnwachstum ja sowieso. Man sieht einen sehr schönen operativen Hebel auf einem sehr hohen Umsatzniveau und auch Gewinnniveau, aber da sehen wir gleich mehr von. Gehen wir erstmal so ein bisschen in die Branche rein, oder? Genau, also wir haben jetzt viel auf den Chart geguckt. Tom, was gibt es zu erzählen? Genau, wir sind in der Branche Medical Technology, also MedTech, Medizintechnik. Das heißt alles rund um Medizin, medizinische Produkte, die quasi bei Operationen oder chirurgischen Eingriffen genutzt werden. Das geht von Skalpellen über Schutzbrillen über Endoskopie, das heißt kleine Kameras bis hin zu künstlichen Gelenken wie Hüften, Knien oder alle anderen Gelenke, die man sich so vorstellen kann. Ein relativ großer Markt, knapp 600 Milliarden Market Cap dieser Gesamtmarkt. Wir haben einige große Unternehmen in dem Markt. 2, 3 hattest du gerade schon genannt. GE Healthcare haben wir mit drin, Johnson & Johnson, aber auch Abbott Labs, die wir letzte Woche besprochen haben. Unser Unternehmen haben wir jetzt heute nicht dabei, wahrscheinlich weil es tatsächlich eine etwas ältere Statistik ist. Man sieht hier auch ganz schön, dass die Unternehmen so ein bisschen unterteilt werden, weil man sieht zum Beispiel bei Johnson & Johnson 26 Milliarden US-Dollar Umsatz. Die einen oder anderen erinnern sich vielleicht, 26 Milliarden US-Dollar Umsatz, Jahresumsatz, das kommt nicht so ganz hin. Das sind dann in dem Fall tatsächlich nur die MedTech-Sparten. Striker, unser Unternehmen, kommt da auf knapp über 20 Milliarden, also ist in der Betrachtung nicht so ganz mit drin. Mir fällt jetzt hier auf, wir haben erstmal einen riesen Markt, 600 Milliarden Dollar Marktvolumen, das natürlich schon riesig ist. Ich sehe auch noch 70 Prozent in der Hand der großen Unternehmen, also scheint schon ein sehr zentrierter Markt zu sein. Also ich meine, von dem was du jetzt gesagt hast, ein Markt mit sehr spezialisierten Equipment, das kann wahrscheinlich nicht jeder herstellen, mit sehr viel Patenten auch, mit sehr viel, ich sag jetzt mal, Macht, die da einher geht. Und ich würde jetzt mal behaupten, aus der Übersicht auch ein Markt mit sehr, sehr viel Übernahmen, wo die Großen auch in Zeiten, ja, wie sie gerade eben oder zuletzt zu sehen waren, wahrscheinlich auch viel dazugekauft haben, um halt diese Marktmacht in diesen Voluminas, und wir sehen es ja jetzt hier bei diesen einzelnen Unternehmen, die haben alle schon über, ja, zweistellige Milliardenbereiche an Umsätzen, wo wir schon natürlich ein sehr, sehr großes Volumen auch einfach in den Bereichen sehen und halt, ja, mit 70 Prozent Markteinteil dann auch in diesem Bereich natürlich schon eine sehr große Dominanz auch der großen Player sehen. Ja, auf jeden Fall. Das liegt natürlich zum einen an der gesamten Medizinbranche, die einfach sehr regulatorisch oder sehr im Auge der Regulatorik ist. Das heißt, da muss sehr viel Forschungs- und Entwicklungsausgaben getätigt werden und in den Summen, wie das getätigt werden muss, um neue Produkte einzuführen, können das halt eigentlich immer nur die großen Stämmen oder die kleinen, wenn sie schnelle Erfolge haben, können das dann durch, teilweise auch durch Fremdkapital finanzieren, aber es ist tatsächlich eine Branche, in der man sehr viel Übernahmen sieht, besonders in den Zeiten, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, wo es an den Märkten so ein bisschen schwieriger wurde, wo die Zinsen gestiegen sind, die Refinanzierung vielleicht auch so ein bisschen komplizierter geworden ist, hat man tatsächlich wieder viele Übernahmen gesehen und Striker ist auch eins der Unternehmen, dass besonders in den beiden Geschäftsbereichen, in denen das Unternehmen aktiv ist, sehr viele Übernahmen in der Vergangenheit getätigt hat. Ja, ich glaube, wir sehen an der Stelle schon ganz gut, ja, es sind viele große dabei, die wir gerade eben auch im Chartverlauf gesehen haben, aber scheinbar gibt es ja Bereiche, die besser laufen und die schlechter laufen, denn die Großen, die hier gerade auch zu sehen sind, sind jetzt nicht unbedingt diejenigen gewesen, die die beste Aktien-Performance in den letzten Jahren hier gezeigt haben, sondern wir sehen ja eher, dass andere Unternehmen, Striker zum Beispiel, die hier vielleicht gerade nicht aufgeführt sind, eine bessere Aktien-Performance hingelegt haben, als jetzt die Großen, die wir uns hier teilweise auch, ja, oder hier vorfinden. Ja, das liegt so ein bisschen daran, man kann die Medizintechnik-Branche grob in zwei Bereiche unterteilen. Man hat einmal die Gebrauchsgüter, das heißt MRT oder große Maschinen, die einfach viel genutzt werden. Da gibt es einmal eine Einmal- Medizintechnik-Investition, dann sind die angeschafft und dann wird über Jahre, Jahrzehnte teilweise diese Maschine genutzt und auf der anderen Seite gibt es Verbrauchsgüter, die werden einmal eingesetzt im chirurgischen Bereich oder bei Operationen generell und die sind dann weg. Das heißt, das können Kleinigkeiten wie Skalpelle sein, das können aber auch Produkte sein in den Bereichen, wie jetzt Striker beispielsweise unterwegs ist, wie künstliche Hüften, alles Mögliche an Implantaten, die eingesetzt werden, die sind ja dann erstmal weg. Das heißt, es muss stetig investiert werden und Investitionen können nicht so gut aufgeschoben werden auf vielleicht Niedrigzinsphasen, dass man sagt, okay, mit dem MRT oder was es sonst alles für bildgebende Maschinen gibt, können wir nochmal ein, zwei Jahre jetzt die Hochzinsphase überbrücken. Das geht bei Produkten, die Striker herstellt und entwickelt eher weniger. Ja, wir haben einen Bereich, der sehr zyklisch ist, wo es die großen Anschaffungen gibt und dann den Bereich, wo es immer wieder Anschaffungen gibt, die halt regelmäßig getätigt werden müssen. Das eine ist dann der Bereich, in dem Striker aktiv ist, der kontinuierlich auch gut funktioniert oder gut läuft. Der andere Bereich ist wahrscheinlich ein Bereich, wo auch viele andere Unternehmen hier gerade vertreten sind, wo es halt große Einmalinvestitionen gibt und dann in der konjunkturschwachen Phase, wenn wir sie gerade vielleicht auch sehen, so ein bisschen auch die Aktie dann darunter leidet, dass es halt nicht diese Performance gerade aus diesen Bereichen gibt und nicht die Umsätze aus den Bereichen gibt. Genau, man sieht das ja dann beispielsweise auch in den europäischen Playern wie Siemens oder Philips, die so ein bisschen zuletzt unter Druck geraten sind, weil die natürlich so ein bisschen, Christoph hatte da letzte Woche auch sehr ausgiebig darüber gesprochen, die sind natürlich so ein bisschen mehr auf diese großen Maschinen und diese großen Investitionsmittel der Krankenhäuser und Kliniken angewiesen. Wir sehen aber grundsätzlich einen Markt und das zeigt ja diese Folie hier, der eigentlich kontinuierlich wächst. Also wir sehen zwar eine Zyklik auch in den einzelnen Segmenten und Bereichen, aber grundsätzlich einen Markt, der schon auch sehr, sehr starkes Wachstum oder auch kontinuierliches Wachstum hier zeigt. Und auch das so ein bisschen forecastet, glaube ich, für die nächsten Jahre. Ja, da gibt es natürlich wunderbares Wachstum. Ich glaube, wir haben bis 2032 knappen Wachstum von 7% im Jahr, was ein Markt mit einem sehr, sehr schönen, starken Wachstum ist und da hat man auf der anderen Seite dann noch Unternehmen. Bei dem Volumen. Da haben wir noch Unternehmen wie Striker, die das natürlich nochmal outperformen und es gibt da natürlich verschiedene Wachstumstreiber. Einmal werden wir Menschen natürlich immer älter dank der Medizin und dadurch, dass wir dann immer älter werden, sind wir dann natürlich viel mehr angewiesen auf diese medizinischen Produkte. Das heißt, jemand, der vor, weiß ich nicht, 150 Jahren, 60 geworden ist, der ist nicht angewiesen gewesen auf künstliche Hüfte, künstliche oder generell irgendwelche Implantate. Und heute sieht man das ja, dass die Menschen eher 70, 80, fast sogar 90 werden und da ist man natürlich auf diesen Medizinmarkt auf viel mehr Produkte angewiesen und es gibt natürlich auch eine viel größere Auswahl an Produkten, die natürlich das Leben dann oder die, die, wie sagt man? Die Lebenserwartung. Die Lebenserwartung einfach noch so ein bisschen weiter erhöhen und das ist so ein bisschen sich selbst anspielendes, anspielendes, anspielende Branche, die sich so ein bisschen selbst unterstützt. Die Menschen werden älter, dann brauchen sie mehr Medikamente und so geht das dann halt weiter und da kommen wir auch so ein schönes Wachstum. Das ist auch das, was wir in der Vergangenheit so ein bisschen gesehen haben. Also ich glaube, du hast ja eine ganz gute Statistik rausgesucht, wo man auch so ein bisschen sieht, okay, in welchen Bereichen wächst der Markt, wie diversifiziert sich auch der Markt, aber man sieht halt insbesondere, dass auch in sehr speziellen Bereichen der Markt halt in den letzten zehn Jahren auch ziemlich starkes Wachstum. Ja, das ist jetzt das Geschäft von Striker. Man sieht es unten an der Quelle aus der Investorenpräsentation. Man sieht schön, wie sich das Geschäft entwickelt hat in den letzten knapp zehn Jahren. Es gibt zwei große Geschäftsbereiche, in denen das Unternehmen aktiv ist. Einmal die orthopädischen Produkte und Spine, das heißt Wirbelsäulenprodukte und auf der anderen Seite gibt es den Geschäftsbereich MedSearch & Neurotechnology. Da richtet man sich eher so ein bisschen an an den Bereich medizinische und chirurgische Produkte, das heißt Operationskameras bis hin zu Operationsräumen und kompletten Operationsrobotern. Also wir sehen schon ganz gut, das ist so der aktuelle Bereich, die Verbrauchsgüter bei Striker. Das heißt, wir haben kontinuierliche Güter. Wir haben eine Diversifizierung in den Geschäftsbereichen und auch in den Wachstum, das wir eigentlich grundsätzlich gesehen haben. Der Umsatz hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt in den Bereichen und wir sehen auch ganz gut, ja glaube ich, in welchen Bereichen es halt verstärktes Wachstum gibt und was so neu dazugekommen ist. Aber Striker, womit haben Sie angefangen? Lass uns einen Blick in die Geschichte werfen. Ja, Striker hat damals Anfang Dr. Homer Striker 1940 an seine medizinische Laufbahn in einem Krankenhaus in Michigan begonnen und hat da relativ früh schon von Beginn an so ein bisschen eigene Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Keller getätigt und ist dann relativ früh auf seine ersten Produkte gekommen. Das erste Produkt war tatsächlich ein Keildrehrrahmen. Das ist die deutsche Übersetzung. Das sieht man jetzt unten rechts in der Mitte. Genau. Das ist ein Bett für Patienten mit Wirbelsäulenschäden, die quasi dann von den behandelnden Ärzten bewegt werden können, ohne dass sich die Wirbelsäule bewegt. Und das war so ein bisschen das erste Produkt und der Aufschlag zur Unternehmensgründung, die 1946 getätigt wurde. Genau. Dann hat er in der ersten Zeit relativ viel an den Keildrehrrahmen gearbeitet und die weiterentwickelt. 1979 kam dann das IPO mit dem IPO und mit dem Kapital, was dann zur Verfügung stand. Immer noch hauptsächlich mit dem Bereich Keildrehrrahmen. Keildrehrrahmen und man ist dann nach dem Keildrehrrahmen ist man dann in dem Bereich chirurgische Geräte das erste Mal eingestiegen und hat elektrische Sägen, wie sie heute tatsächlich noch benutzt werden, entwickelt und verkauft und ist auf den beiden Produktkategorien dann so ein bisschen ins IPO, hat dann so ein bisschen mehr globale Präsenz bekommen oder nationale Präsenz zuerst und ist dann über den IPO an die Börse gekommen, hat dadurch sehr, sehr viel Geld einsammeln können und ist dann das erste Mal so ein bisschen aufgetreten als Akquisitor und hat neue Unternehmen übernommen. 1985 ist das Unternehmen dann soweit gewesen, dass es drei Unternehmensdivisionen hatte. Das sind einmal Stryker Medical, das sind Medizinprodukte, wie sie das Unternehmen heute noch vertreibt. Surgical, das sind Operationsprodukte, ein Geschäftsbereich, der heute auch immer noch da ist. und S-T-O-Nix, S-T-O-Nix, würde ich sagen, so spricht man es aus. Das sind so ein bisschen die... Osteopathie. Osteopathie. Würde ich mal aus den Namen jetzt so ein bisschen ableiten. Ich wollte gerade sagen, die Prothesen, aber Prothesen ist ja falsch, die Implantate. Okay. Man hat dann auch eine der größten Übernahmen, die man getätet hat, war 2000, da hat man sich mit Pfizer zusammengetan und hat die HowMedica-Einheit von Pfizer übernommen und hat dadurch den ganzen Geschäftsbereich der orthopädischen Implantate von Pfizer quasi aufgekauft, hat sich darüber dann natürlich auch eines Konkurrenten entledigt und hat dann nach der Übernahme knapp 15% des Weltmarktes der Orthopädie für sich beanspruchen können. Das heißt, selbst in relativ oder knapp 20 Jahren war das Unternehmen schon relativ groß in der Branche. 2013 kam dann eine weitere große Übernahme, Macro Surgical Company, man sieht das in der Mitte das Bild. Da geht es dann so ein bisschen um Operationsroboter, die in das Produktportfolio eingebaut wurden und so ein bisschen die Erschöpfung der Chirurgen während der Arbeit reduzieren soll. Denn am Ende sind es ja immer noch Menschen, die diese teilweise stundenlangen Operationen durchführen müssen. Und wenn es dann Möglichkeiten gibt, diese zu entlasten, ist das natürlich ein profitables Geschäft, dem sich Stryker gewidmet hat. Ja, und heute ist Stryker tatsächlich eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik-Branche. Wir hatten schon eben über die beiden Geschäftsbereiche kurz gesprochen, da gehen wir gleich noch mal näher drauf ein, mit einfach einem sehr breiten Produktportfolio an medizinischen und chirurgischen Verbrauchsgütern. Ja, also man kann, glaube ich, so ein bisschen zusammenfassen. Wir haben ein Unternehmen, was etabliert war schon von Anfang an in dem Medizintechnik-Bereich. Also wir hatten eigentlich keinen Wandel, sondern wir haben von Anfang an ein Wachstum gesehen aus diesem Bereich und es sich einfach immer mehr und mehr beschleunigt hat, dadurch, dass wir immer älter werden, dadurch, dass die Medizin sich einfach immer weiterentwickelt, man immer mehr Möglichkeiten hat und ist eigentlich mit diesem Medizinwachstum halt auch weiter gewachsen. Und zusätzlich ist auch das, was wir, glaube ich, am Anfang gesehen haben, sehr, sehr wichtig, also was wirklich ein absoluter Teilbereich des Unternehmens auch Übernahmen sind, sich neue Marktanteile zu verschaffen, neue Geschäftsbereiche einzuverleiben, dort weiterhin auch diese operativ scheinbare Exzellenz hinzulegen, die man gerade eben halt auch in seinen eigenen Geschäftsbereichen macht und damit weiter das Unternehmen auszubauen. Also wir haben eigentlich ein Unternehmen, was in dem Bereich tätig ist, der sehr, sehr stark wächst, der kontinuierlich genutzt wird, der dadurch getrieben wird, dass wir mehr werden, älter werden und besser werden auch in der Medizintechnik und wir haben halt ein Unternehmen, das scheinbar profitabel genug ist, um auch kleinere Player am Markt zu übernehmen oder auch größere, um sich hier weiter selber auszubauen. Ja, ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst und auf die hohe Profitabilität gehen wir jetzt hier im Snapshot nochmal so ein bisschen ein. Ja, 1941 gegründet, 51.000 Mitarbeiter in der Branche der Medizintechnik aktiv. Jetzt rutsche ich mal ein Stück hin zur Seite. 126 Milliarden Market Cap, für den US-Markt relativ kleines Unternehmen, würde ich fast sogar sagen. Auf dem deutschen Markt wäre das tatsächlich eines der größten. Eine Dividende von einem Prozent ist erstmal auch nicht so aussagekräftig, haben wir ja gleich nochmal ein, zwei Statistiken für, aber ich kann es schon mal verraten, die Dividenden-Historie ist sehr schön anzusehen. Ich glaube, es ist so ein klassischer Fall, wenn man darauf guckt, das trifft für die Market Cap und wahrscheinlich auch für die Dividende hinzu. Der Kurs ist einfach so gut gelaufen über die letzten Jahre und man sieht es eigentlich ganz gut in den letzten zehn Jahren, dass die Dividende, wie es oftmals der Fall ist, halt gar nicht hinterhergekommen ist. Und das ist oftmals so bei diesen Unternehmen und wir kennen das von unseren Wachstumsdepots. Das sind halt Unternehmen, die sehr gut laufen, die sehr stabil laufen, die eigentlich eine sehr gute Performance hinlegen in ihrem eigenen Markt und Übernahmen tätigen und der Kurs einfach so schnell läuft, dass die Dividendensteigerungen so schnell gar nicht mitkommen, die aber in den letzten Jahren oftmals halt doch vorhanden waren und auch intrinsisch weitergeführt werden. Aber wir sehen es gleich nochmal in den Dividenden-Snapshots. Was ich noch ganz spannend finde, ist halt wirklich das, was du angesprochen hast, diese unglaublich hohe Margen, die man hier rausholen kann. Also aus einem produzierenden Gewerbe eine 64-prozentige Grossmarge rauszuholen, ist schon sehr, sehr ordentlich, insbesondere bei so komplizierten Equipment, was ja auch wirklich viel Feinarbeit, viel Know-how, glaube ich, braucht, wo es natürlich auch Prozessstrecken gibt, aber dir wird wahrscheinlich auch viel mit Patenten gearbeitet, viel mit dieser, ja, wir haben die Technik, Thematik und den hohen Preisen, die man auch durchsetzen kann. Aber auch eine 15-prozentige Profitmarge daraus zu ziehen, ist auch nicht so schlecht. Wir sind in dem produzierenden Gewerbe ja unterwegs und insbesondere spannend finde ich halt, dass die Margen sich in den letzten Jahren hier auch noch wirklich gesteigert haben. Wenn es nur leicht ist, haben wir immer noch das Thema Inflation, Preise weitergeben, Investitionen tätigen. Ich glaube, da kommt das ganz gut zu tragen, was du gerade eben angesprochen hast, dieses Verbrauchsgüter, Gebrauchsgüter, während wahrscheinlich andere gerade Probleme haben, weil große Investitionen vielleicht nicht getätigt werden, wird niemand auf seine Hüfte warten können und dementsprechend läuft der Verbrauchsgütermarkt weniger zyklisch und er wächst trotzdem sehr, sehr stark und Striker scheint davon sehr stark zu profitieren. Ja, auf jeden Fall. Man sieht jetzt hier auf der Cashflow-Seite, operativer Cashflow, zuletzt rückläufig negativer Free Cashflow zuletzt. Da hat man zuletzt erneut Akquisitionen im dreistelligen Millionenbereich getätigt im letzten Quartal. Also nichts, worüber man sich jetzt direkt Gedanken machen muss. Teil des Geschäftsmodells. Teil des Geschäftsmodells, aber was wir natürlich auch sehen, ist die hohe Bewertung. KGV von 38, Kursumsatzverhältnis von 6, ist natürlich besonders für produzierendes Gewerbe einfach teuer. Muss man so sagen. Hochpreisig, aber auf der anderen Seite ist es natürlich, wie wir gerade eben schon so ein bisschen rausgestellt haben, ein sehr vorhersehbares Geschäft. Denn es gibt die Anzahl an Unfällen, es gibt die Anzahl im Jahr, es gibt die Anzahl an künstlichen Hüften, die eingebaut werden müssen im Jahr, es gibt die Anzahl von Skalpellen und Operationen oder sonstigen Geräten, die im Jahr genutzt werden. Und da gibt es die Trendfolge, das steigendes Weltbevölkerungswachstum ist steigend. Und deshalb sieht man da die teure Einpreise. Und bei dem EPS-Wachstum in den letzten fünf Jahren, da würde ich noch mal kurz drauf eingehen, das sehen wir bei negativ 5%. Da gab es einen Einmaleffekt. Damals 2018 gab es eine Steuerrückerstattung über knapp 1,2 Milliarden US-Dollar. Ohne diese wäre tatsächlich das Wachstum bei knapp 7%. Und das ist absolut akzeptabel für den Durchschnitt in den letzten fünf Jahren, würde ich sagen. Die hohe Bewertung sticht natürlich heraus, wundert mich aber nicht, nachdem wir hier oben wirklich auf den Kurs geguckt haben. Also wir sind von 1.000 auf 5.500 hier hochgelaufen ungefähr. Also man kann so von einer 50-prozentigen Rendite im Jahr gefühlt ausgehen. Und das ist natürlich schon enorm, insbesondere weil es so stabil gelaufen ist. Und da wundert es mich nicht, dass die Bewertung so hoch ist. Es ist natürlich wahrzunehmen. Aktuell scheinen viele Performance-Kennzahlen aber noch in die richtige Richtung zu blicken. Wie es in der Zukunft sein wird, das weiß natürlich niemand. Wie es aber in der Vergangenheit war, das nehmen wir im letzten Quartalsrückblick. Und das ist, glaube ich, das, was Tom gerade eben noch mal gesagt hat, was sehr spannend ist, dass wir wirklich übergreifend in jedem Geschäftsbereich hier gewachsen sind. Und das ist natürlich in der Phase, in der die Konjunktur gerade jetzt nicht super gut läuft, würde ich sagen, sondern man eher Schwierigkeiten hat, schon sehr beeindruckend. Insbesondere weil nicht ein Geschäftsbereich die anderen irgendwie mitschleppt, sondern es wirklich so scheint, dass man in allen Geschäftsbereichen weiter in dieses kontinuierliche Wachstum, das man in den letzten Jahren auch gesehen hat, weiter darlegen kann. Und das ist natürlich in diesem Bereich, in dem wir uns auch befinden, insbesondere mit den Problemen, die auch die anderen scheinbar hier haben, schon sehr beeindruckend. Ja, besonders sieht man hier noch mal ganz schön die starke Diversifizierung des Unternehmens. Man sieht ja wirklich, da ist im letzten Quartal kein Geschäftsbereich für mehr Umsatz als eine Milliarde US-Dollar verantwortlich gewesen. Und das sind natürlich alles Geschäftsbereiche, die, wie wir sehen, immer gebraucht werden und auch nachgefragt werden, besonders jetzt auch im letzten Quartal, was ja bei anderen Unternehmen so ein bisschen schwächer war. Aber auch, dass es einfach so eine starke Diversifizierung hat. Das finde ich auch noch mal sehr erwähnenswert. Und man hat die Preise weiter angehoben. Also es gab Inflation, aber man hat über mehr Volumen und bessere Preise halt auch wirklich die Marge noch mal steigern können. Und das ist das, was ich gerade eben angesprochen habe, was ich schon beeindruckend finde, wenn man über 60 Prozent hat an einem produzierenden Gewerbe an Gross Profit, also an Gross Marge, das noch mal zu steigern auf knapp 63,6 Prozent. Das ist schon sehr, sehr spannend. Ja, man hat da natürlich so ein bisschen, man hat da natürlich absolute Preismacht, weil die Menschen, die Patienten können schlecht auf die Produkte von Striker verzichten und auch die Kliniken können auf das medizinische Equipment, das Operations Equipment von Striker absolut nicht verzichten. Sie müssen das irgendwo kaufen. Striker ist einer der Top Anbieter. Und wenn man da langfristige Verträge hat mit den Unternehmen mit Preissteigerungsklauseln, dann steckt man da drin. Und das gilt nicht nur für die Gross Marge, sondern auch für die Profit Marge. Und da muss man schon sagen, ja, gleiches Narrativ, aber schon sehr, sehr spannend. Ja, besonders das Volumenwachstum im Bereich MedSearch ist natürlich schön anzusehen, dass man nicht nur über die Preissteigerung wächst, wie man es teilweise bei Unternehmen jetzt ja zuletzt gesehen hat, auch in den letzten Jahren, dass man wirklich teilweise nur noch über den Preis gewachsen ist. Das heißt, immer so ein bisschen inflationär angepasst hat. Man sieht hier aber, das Volumenwachstum ist in beiden Geschäftsbereichen der ausschlaggebende Faktor, um das operative Wachstum zu steigern. Und das ist eigentlich genau das, was man sehen möchte, oder? Das klingt erstmal gut. Die große Frage ist jetzt, Tom, wie geht es weiter? Peter, was ist die Prognose? Was sagt das Unternehmen und wie könnte es zumindest weitergehen? Oder was denn Entwicklung zeichnet sich da gerade ab? Wir sind am Ende der Zeit, aber das sollten wir uns noch nehmen. Ja, die Prognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr, ich konnte meinen eigenen Augen irgendwie gar nicht so richtig trauen. Umsatzprognose, der Umsatz ist jetzt auch hier noch falsch, aber die neun bis zehn Prozent sind auf jeden Fall richtig. Das ist ein moderates Umwachswachstum, das was wir jetzt auch im ersten Quartal so ungefähr gesehen haben. Aber der Gewinn je Achse von 11,85 bis 12,05 ist fast 50 Prozent höher als im vergangenen Quartal. Man hat natürlich im vergangenen Quartal auch Sondereffekte durch die hohe Inflation gehabt, aber eine Gewinnsteigerung von knapp 50 Prozent ist natürlich wunderbar. Auf der rechten Seite sehen wir nochmal zwei, drei Produkte, an denen das Unternehmen im Moment arbeitet. Noch keine AI. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde gesprochen, noch nichts über KI und AI und Technologie gehört. Kommt da was? Doch nicht so gut. Kommt da was? Künstliche Intelligenz ist natürlich besonders in der Medizin bei den bildgebenden Maschinen ein großer Helfer. Und generell ist die Datenverarbeitung über KI ja so ein bisschen einfach viel effizienter. Und das ist natürlich was, was Unternehmen jeder Branche bei sich integrieren können. Genau. Und für alle, die sich ein bisschen darauf warten, wie geht es intern oder wie gehen die internen Steigerungen weiter? Hier ist nochmal die Dividenden-Story von Striker und das ist das, was wir gerade eben so ein bisschen gesehen haben. Der Kurs ist einfach so gut gelaufen, dass die Dividenden gar nicht mitziehen konnten. Denn wir sind hier fast bei Dividenden-Wachstumsraten von knapp unter 10 Prozent. Und man sieht diese schönen Steigerungsraten eigentlich auch über die letzten Jahre. Und man sieht auch so ein bisschen das Commitment des Unternehmens, die halt weiter zu steigern. Das ist eigentlich so ein klassischer Titel, der aktuell auf dem Momentum schwebt. Es gibt natürlich Risikofaktoren, denn auch da kann der Markt mal wieder einbrechen. Wir haben viele große Player am Markt. Innovationen, Patente, das ist ein großes Thema in diesem Markt. Aber wir sehen ja, dass operativ Striker zumindest in den letzten Jahren relativ hohe Exzellenz der Performance hingelegt hat. Wir haben es letzte Woche in der Aktienwerkstatt gesehen, dass wir auch da ja ein positives Momentum eigentlich in den Zahlen gesehen haben und eine hohe Bewertung. Im nächsten Schritt müssen wir uns das noch mal intensiver in der Investmentwerkstatt angucken. Aber grundsätzlich lässt sich hier ein relativ positives Bild, glaube ich, skizzieren, was natürlich trotzdem seine Tücken hat, wie bei jedem Aktieninvestment. Regulatorik ist ein großes Thema, auch das nochmal so als kleines Buzzword hier oben. Weil wir natürlich in dem Bereich sind, wo es um, ja man kann so hart sagen, Leben und Tod teilweise geht. Und da ist natürlich das Versicherungsthema ein großes Thema. Und da ist schon immer viel Feingefühl zu sehen. Das ist auch ein Grund natürlich, warum man so hohe Margen am Ende nehmen kann. Aber es sind natürlich auch viele Kosten, viele Runden damit versehen, wie Geräte getestet werden, auf Fehler geprüft werden müssen und, 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 und. Ich glaube, ein ganz spannendes Unternehmen. Nehmen wir auf die Liste für die Investmentwerkstätten. Was steht sonst noch so an in den nächsten Wochen? Wie gesagt, ich bin wieder im Hause und wir werden euch weiter mit spannenden Formaten natürlich beglücken. Heute Nachmittag gucken wir uns nochmal in der Investmentwerkstatt die TWS nochmal im Teil 3 an. Ihr hattet ja schon nochmal zwei Sessions auch nochmal eine mit Christoph. Einmal haben wir schon mal gemeinsam darüber gesprochen. Wir werden das heute nochmal ein bisschen intensiver machen. Also hier steht extra advanced hinter. Also heute geht es so ein bisschen um die Profi-Themen in der TWS. Was kann man so an Spielereien noch machen, wenn man wirklich viel will, intensives Wissen haben will oder intensive Nutzung betreiben will. Also hier geht es wirklich nicht mehr um die allgemeinen Themen, wie bedient man es, sondern so ein bisschen ein paar Ecken und Kanten, wie man noch mehr mal aus der TWS auch rausholen kann. Das werden wir uns heute Nachmittag angucken. Nächste Woche gibt es dann auch wieder Market Roundup. Also wir werden dann wieder über den Markt blicken. Wir werden uns Quartalszahlen anschauen. Es ist viel passiert. Wir werden übrigens die Portfolios auch nochmal anschauen. Das werden wir auch nochmal in den Investmentwerkstätten tun, denn ich habe ja angesprochen, unsere Aktienportfolios sind sehr gut gelaufen und wir werden natürlich den Rückblick auch auf diese Portfolios werfen und so ein bisschen gucken, okay, was ist da wie genau passiert. Und nächste Woche im Aktien-Roundup sprechen wir dann über Netflix, die wieder die Preise erhöhen. Scheinbar funktioniert das Ganze ganz gut. Ich bin gespannt auf die nächste Woche. Vielen Dank Tom. Vielen Dank in die Runde und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Schönen Tag. Ich bin gespannt über den Bockzile bis zum der Wied und werden uns wiedersehen. Klatschen, wie gerne und mir ist dann der Wiedi.